Allerbest seid ihr gekommen. Er soll irre stark sein, hab ich gehört. Ich fürchte, die Schule ist zur Zeit geschlossen. Oh Held. Vielleicht können... Er sieht doch aus. Es tut mir gelandet. Er hat jetzt einen Blick auf der Arbeit. Und er hat die Schule gefunden. Es geht zu Venet. Es geht mir ab. Tschüss, der Dutch ist hier. Och. Drei, und siehst du in der Zeit. Drei, und siehst du in der Zeit. Ich habe êtes in der Zeit, uns in der Zeit. Ich gehe nicht mit einem Wälder. Ich gehe nicht mit einem Wälder. Ich gehe nicht mit einem Wälder und schnau. Ich gehe nicht mit einem Wälder. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Folge mir! Ich will nicht glauben, dass er es ist! Ich will nicht sagen, dass er es ist! Ich will nicht sagen, dass er es ist! Ich will nicht sagen, dass er es ist! Wie ihr seht, wurde die Stadt auf Veranlassung des Gildenmeisters evakuiert. Muss was Ernstes sein, hm? Es war nicht leicht, alle kurzfristig rauszubekommen. Aber wir Wächter verstehen unseren Job. Echt, ich könnte euch Geschichten erzählen. Aber das interessiert euch sicher nicht. Dann werde ich euch jetzt in Ruhe lassen, Sir. Guten Tag! Guten Tag! Guten Tag! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Laut den Büchern soll das Schiff ankommen, sobald das Herz seine volle Kraft entfaltet. Was zum Teufel? Ein Herbeirufer, er will das Herz zerstören. Wir müssen es beschützen. Kommt schon, wir müssen ihn stoppen, bevor er das Feuerherz zerstört. Mehr Herbeirufer. Das Herz braucht mehr Zeit zum Aufladen. Kommt schon! Das Feuerherz wird angekündigt. Das Feuerherz wird angekündigt. guys zum Teufel. Das Feuerherz wird angekündigt. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Nun dann, gute Reise. Wie wär's mit einer Schneeballschlacht beim nächsten Wiedersehen? Dahinter lag die nördliche Einwöde. Willkommen in der nördlichen Einwöde. Ich hielt euch schon für verloren. Ich bin Schnitter. Mein Name ist in der Gilde, jedoch Dank Maze schon längst vergessen. Leider kann ich euch nicht persönlich treffen. Ich muss im Dorf Snowspire bleiben und es vor Herbeirufern schützen. Sie sind schrecklich, aber nur ein Symptom einer viel größeren, sich in diesem Land erhebenden Macht. Trefft mich in Snowspire im fernen Norden. Dort erkläre ich alles. Und dann suchen wir das alte Orakel der Stadt auf. Hoffentlich lässt es sich aktivieren und kennt die Antworten. Ihr habt eine neue Questkarte bekommen. Hey, die Teleporter sind in Betrieb. Schön. Ich werde mich umsehen, nachdem ich mit Schnitter gesprochen habe. Bis später. Ich werde mich umsehen, nachdem ich mit Schnattern zurückgezogen habe.